Liebe Zuschauer, Ich freue mich sehr, dass wir heute in der Medizinakademie, in unserer Sprechstunde des DRK, den Geschäftsführer der AOK zu Gast haben, Herrn Harald Röcker. Er ist über 46 Jahre jetzt schon auf diesem Gebiet der Sozialpolitik im weitesten Sinne tätig, also ein Fachmann auch auf dem Gebiet der Pflege und all den Fragen, die damit zusammenhängen. Wir stehen vor einem Systemwechsel und deswegen die Frage, Herr Röcker, wie erfolgt der Übergang vom alten auf das neue System? Der erfolgt eigentlich ganz einfach. Derjenige, der vorher in einer Pflegestufe war, wird automatisch übergeleitet. Übergeleitet nämlich von einer Stufe in die neue Pflegegrade. Da muss man nichts dabei tun. Wir haben alle unsere Versicherten im Laufe des Jahres 2016, Ende Dezember informiert darüber, wie die neue Stufe ist. Und was sehr wichtig war in diesem Gesetz, dass keiner einen Nachteil hat. Das heißt, dass eine Besitzstandsregelung geschaffen wurde, dass jeder die gleichen Leistungen bekommt in der Höhe nach, wie er vorher erhalten hat. Also man muss überhaupt nichts tun. Vom Prinzip her ist das automatisch übergeleitet geworden. Also die Pflegebedürftigen müssen sich nicht neu begutachten lassen? Nein, es ist nicht notwendig. Das wäre ja auch ein Riesenaufwand. Gehen Sie davon aus, wir sind zuständig für die zwei Landkreise Karlsruhe und Mittelbaden. Wir haben alleine über 17.300 Pflegebedürftige. Das hätten sie überhaupt nicht leisten können, eine neue Begutachtung zu machen. Von daher war das richtig und zielführend, dass man sagt, man leidet automatisch von den drei Pflegestufen in die fünf Grade um. Herr Röcker, eine Frage, die natürlich jeden Betroffenen bewegt, die lautet, muss ich mit Nachteilen rechnen? Sie müssen mit keinen Nachteilen rechnen. Da eine Besitzstandsregelung ist, hat man dort, wo die Leistungen in der Zukunft geringer sind, nämlich im stationären Bereich, in zwei Pflegegrade, hat man eine Besitzstandsregelung für die Altfälle eingeführt. Ansonsten hat man in der Reform eins gemacht, dass man den ambulanten Bereich maßgeblich gestärkt hat, mit weitreichenden Leistungen insgesamt, sodass man sagt, ambulant für stationär, dem Rechnung trägt. Und das war sehr wichtig, was wir gemacht haben. Hier sehen Sie auch die Leistungsserie in den Pflegegraden insgesamt, wie hoch die Beträge sind und so weiter. Das können Sie hundertprozentig dann über das DRK auch beziehen. Da gibt es keine Frage, diese Folien, dass man die zur Verfügung stellen kann, dass man das auch nachlesen kann. Oder wir stellen Ihnen die Broschüre Pflege persönlich und individuell zur Verfügung. Da sind die Beträge auch drin enthalten, sodass jeder das nachvollziehen kann, ohne Probleme. Also darin lassen sich dann auch die Leistungen ablesen ab 1. Januar. Gut. Und eine spezielle Frage noch. Wonach beurteilt sich die Pflegebedürftigkeit von Kindern? Das ist natürlich viel komplizierter, wenn Sie kleine Kinder anschauen. Man sagt immer, es muss ein Unterschied sein zu einem gesunden Kind. Und wenn Sie das betrachten von 0 bis 18 Monaten, dann ist es relativ problematisch. Da hat man eine Regelung getroffen, dass man sagt, wenn dort ein gewisser Betreuungsaufwand ist, dann unterstellt man, dass der 18 Monate dann identisch ist. Und umso älter das Kind ist, dann wird man dann in kürzeren Abständen eine Pflegebeurteilung machen müssen. Insgesamt, weil sich die Entwicklung eines Kindes da sehr schnell ergibt innerhalb der ersten Lebensjahre. Und wenn da jemand pflegebedürftig ist, dann kann es sein, dass dieser Unterschied dann gravierender wird oder besser wird. Und demzufolge erfolgt dann immer eine Einstufung. Herr Röcker, ändert sich bei der Beratung etwas? Bei der Beratung ändert sich was. Der Versicherer hat Anspruch auf Beratung intensiv. Wenn er das in Anspruch nehmen möchte, bieten wir das selbstverständlich an, dass man hier ganz individuell auf seine ganz individuelle Bedürfnisse eine Beratung macht. Herr Röcker, nach der Umstellung interessiert unsere Mitglieder natürlich die Frage, bleiben die Bezuschussungen der Hausnotrufe in gleicher Höhe erhalten oder gibt es da Änderungen? Bleiben die in gleicher Höhe erhalten und ab der Pflegegrad 1 unter bestimmten Voraussetzungen kann man diese Leistungen erhalten. Vielen Dank, Herr Röcker. Liebe Zuschauer, zum Stichwort Beratung können Sie sich jederzeit an die AOK wenden und auch ans Deutsche Rote Kreuz. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in jeder Zeit zur Verfügung. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Röcker, und bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Röcker, und bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Röcker, und bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit.